Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin Tutorial Reihe. Heute geht es weiter mit den Merkle Trees. Merkle Trees sind was ganz tolles, denn man spart sich, nennen wir es einfach mal, viel Speicherplatz. So ein viel Übertragungsrate spart man sich auch noch dabei. Wie, das werden wir noch genauer sehen. Jetzt geht es erstmal darum, was ist ein Merkle Tree. Und wenn man es genau nimmt, ist es ein Baum, allerdings ein Informatikerbaum, das heißt, die sind irgendwie immer falsch rum, also fangen wir einfach mal falsch rum an. So, sieht folgendermaßen aus. Und zwar unten haben wir nicht die Wurzeln, sondern das Gegenteil, die Blätter sind unten. Das heißt, die Transaktionen sind die Blätter. So, wir haben jetzt einfach mal vier Transaktionen. Das ist einfach jetzt mal, nehme ich an, alle Transaktionen, die in unserem Blog drinstehen. Normalerweise ist mir durchaus bewusst, sind hier von mir aus irgendwie 2000, 3000 Transaktionen oder sowas. Aber in unserem Fall sind es jetzt halt nur vier. Okay, was machen wir mit diesen Transaktionen? Naja, wir hashen sie. Das heißt, wir hashen erst die erste Transaktion, hier mit HA abgekürzt, dann die zweite, die dritte und die vierte. So, die Hash-Funktion dürfte klar sein, wie der Shade 256, wie eigentlich bei fast allem mit Bitcoin, außer natürlich bei der Adresse, wo man RipeMD benutzt hat. Aber ja, gut. Was haben wir jetzt gewonnen? Naja, aktuell gar nichts. Der Sinn dahinter ist allerdings, dass wir nachher verifizieren wollen, mit möglichst wenig Traffic, ob eine Transaktion in unserem Blog enthalten ist. Und ja, das soll möglichst, möglichst schnell gehen. Das heißt, ich muss nicht alle Transaktionen haben, um eben den Blog-Hash zu berechnen, sondern eben nur ein paar später, um zu verifizieren, dass sie drin sind. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Okay, weiter geht's. Ich hashe jetzt zwei Hashes zusammen. Das kann ich ja machen, ist ja kein Problem. Ich hänge einfach beide hintereinander. Das heißt, ich hashe erst den HA und direkt hinten dran, also sozusagen, wenn man jetzt die Hash-Funktion aufruft, hashe ich HA konkateniert mit HB. Also, Hash A konkateniert, Hash B, was einfach hintereinander schreiben bedeutet. Und dann kommt Hash AB raus. Dasselbe mache ich auf der rechten Seite. Das heißt, ich hänge die einfach wirklich hintereinander und hashe sie dann. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Und dann habe ich einen Hash A, B, C, D. Und sobald ich wirklich nur noch einen einzigen Hash habe, also nicht irgendwie nach viermal oder sowas, sondern wenn ich einen Hash habe, dann ist das Ganze der Root oder auch der Merkle Root. Und den findet ihr auch in jedem Blog-Header drin. So, jetzt, wie ist das jetzt irgendwie in Zusammenhang zu bringen mit unseren Simplified Payment Verification Clients? Gut, Simplified Payment Verification Clients habe ich euch schon mal erzählt. Die benutzen oder die bekommen den Blog-Header geschickt. Das heißt, die haben nicht alle Transaktionen mit allen Unterschriften und allem drum und dran, sondern die gehen einfach davon aus, dass es nur valide Transaktionen wirklich in den Blog geschafft haben. Und jetzt ist es möglich, hier zu überprüfen, also der Merkle Root ist im Blog-Header mit drin. Das heißt, SPV-Clients haben auch den Merkle Root. Und jetzt ist es möglich, dass der SPV-Client überprüft, ob eine Transaktion in einem Baum drin ist, also in einem Merkle Tree drin ist oder ob sie nicht drin ist. beziehungsweise er kann genau überprüfen, ob sie drin ist. Er kann nur nicht genau sagen, dass sie nicht drin ist. Das heißt, das geht nicht. Okay, und wie mache ich jetzt das Ganze? Naja, nehmen wir jetzt einfach mal an. Ich möchte überprüfen, ob Transaktion TXC drin ist in dem Baum. Gut, die Transaktion TXC habe ich dann logischerweise. Dann kann ich folgendes machen. Ich hashe einfach Transaktion C und bekomme den Hash C raus. So, dann bekomme ich von meinem Fullnode den Hash D übermittelt und kann den Hash HCD berechnen. Und dann übermittelt mir mein Fullnode noch den Hash AB. Und schon kann ich den kompletten Merkle Root wieder rekonstruieren. Und wenn mich jetzt mein Fullnode nicht angelogen hat, dann muss dieser Merkle Root derselbe sein. Denn Hash Funktionen, wie gesagt, kann man nicht irgendwie einfach so fälschen, sondern die sind halt einfach so. Wenn ihr es nicht genau verstanden habt, was Hash Funktionen tun, bitte ich euch einfach nochmal das entsprechende Video genauer anzugucken. So, und ja, jetzt kann ich natürlich überprüfen. Zu 100%iger Sicherheit sagen, Transaktion C ist definitiv in diesem Baum enthalten. Das heißt, diese Transaktion existiert auch wirklich auf der Blockchain. Und das bedeutet, ich kann sagen, okay, ich habe dieses Geld erhalten, was in Transaktion C von mir aus an mich überwiesen wurde. Warum Merkle Trees, warum macht man sich diesen Mega Aufwand? Ganz einfach folgendes, Transaktionen sind fucking lang. Das heißt, die können echt mal sehr, sehr viele Bits und Bytes enthalten. Und wenn ich die alle übertragen muss, dann kann das ganz schön lange dauern. Deswegen hat man sich gedacht, Mensch, ich spare mir den ganzen Kram. Ich muss jetzt nicht mehr alle Transaktionen übermitteln, sondern per Bloomfilter, haben wir letztes Video geklärt, wird hier diese Transaktion C ausgewählt und an den SPV-Client geschickt. Und dann werden natürlich hier nur noch Hashd und Hashab benötigt. Und der Rest kann einfach berechnet werden. Das heißt, ich muss, um genau zu sein, Hashab muss ich schicken, die Transaktion C muss ich schicken und den Hashd muss ich schicken. Und alles andere kann berechnet werden. Und der Merkle Root, der ist gleichzeitig noch in meinem Blockheader drin. Die sind sowieso alle gespeichert. Das heißt, damit kann ich überprüfen, ob alles da ist. Und damit habe ich nur einen wirklich kleinen Bruchteil von allem übertragen, was auch wirklich relevant für mich ist. Das heißt, der SPV-Client braucht nicht irgendwie 100 GB an Daten oder sowas runterladen, jedes Mal, wenn er überprüfen möchte, ob jetzt alles vorhanden ist oder jedes Mal, wenn er sich alles neu initialisiert. Nein, es reicht, wenn er wirklich einfach nur drei Sachen anfragt. Eine Transaktion und zwei Hashwerte. Und die Hashwerte, die sind so klein, dass es wirklich nicht der Redewert ist. Das heißt, da ist wirklich sehr, sehr viel Leistung gespart worden. Und deswegen ist alles mitgehasht worden, beziehungsweise alles so aufgebaut worden, dass man eben diesen Merkle Root bilden kann. Falls ihr euch noch an das Video zu blockchain.info erinnert, da haben wir auch gesehen, dass in dem Header ein Merkle Root drinsteht und das ist eben genau der. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wenn ja, lasst mir ein Like oder sowas da. Und ansonsten, dann schreibt ihr mir bitte, warum nicht und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.